Moin moin, mein lieben Freunde, herzlich willkommen zurück in Japan in Suzuka mit dem Virus. Ja, Tziki mit Stift, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie das abläuft. Aber auch du recht herzlich willkommen hier in Japan, Daniel. Ja, danke, 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 danke. Gucken wir doch gleich mal. Lassen wir erstmal wieder den Virus. Ja, da fangen wir vor schon der erste Silberpfeil raus und Virus hinterher. Kennen wir noch? Oh nein, jetzt hat noch einer raus. Deja vu, okay. Ist das geil, man kann die Box sehen. Na komm, ich geh auch raus. Ich hab gerade anscheinend noch Glück. Bei mir ist noch keiner vorbeigefahren, Wetter. Komm schon, komm schon, lass mich raus. Nein, Grosjean. Oh, ich hab Glück. Vor mir ist zwar einer rausgefahren, aber da ist ein bisschen Platz. Nice. Boah, steht die Sonne tief, ey. Oh, der darf ich noch mal gut überholt hier. Ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt hier gleich schlagen gegenüber den anderen. Hoffentlich reicht eine Runde. Besser wär's. Ohhhh. hohh. Ohhhhhhh. Ohhhh. Leute, ich finde das immer kacke, wenn's im.. 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 training regnet und dann qualif an der trocken ist man weiß gar nicht wie schnell an manchen sachen sein kann weil du musst das rede dann du musst das qualif an als training auch noch mit dingen und da fährt sich gleich wieder anders da muss versuchen eine gute zeit raus holen das ist ein bisschen scheiße gemacht hat die er gesagt training sonne qualif an und rennen dann gewinnt ja auch so oder so regen ist immer kacke einigemann wir sind mal gespannt was jetzt hier umkommt scheiße zu schnell zu viel nicht doch ja kommen ist das eine sülze bis jetzt fertig mit umdrehen mann nein 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 nicht den reifen kaputt fahren auch glück gehabt ja und dann irgendwie komplett gerutscht irgendwie habe ich irgendwas jetzt wieso kommt er nicht mehr so gut in die kur boxen stopp boah ich diese ey ja oder fahr ich gerade aus bremsen will die karra ja fahr rein und hau dir die karre kaputt wenn da bin ich die weg ist los meine ich gut boxen stopp ja ich bin schon da ja scheiße dann sehen unsere reifen ja nachher super aus äh frondera spoiler ist komplett rot alter mein gott noch ja willkommen im club was schaden angeht äh kann ja gut werden alter noch keine zeit gefahren ist ja schlimm ey ja ich auch nicht botters 1 18 will der mich flachsen wie machen die das ich hatte im training 1 28 kann immer annähernd irgendwo in diese richtung von der zeit her gut es war ja auch im regen wo ist jetzt hier die box davor das dauert das dauert spoiler please macht meine ja 13 von 20 wagen dann ist jetzt die frage will man raus will man nicht raus und das hat 1 35 bot das ist jetzt auf 1 25 auf ja der hamilton hat gerade geschlagen ich will jetzt alle raus fahren gerade war die strecke noch frei ist jetzt noch nichts mit strecken frei ja gelten auf sei sie weit weg genug von mir man kommt ich muss ja auch irgendwann ich kann jetzt auch nicht erst noch zehn jahre warten auch jetzt waren sie auch wirklich alle raus war ich habe glück ich habe freie schnauze alter hat den richtigen zeitpunkt direkt wieder raus gegangen aber ich habe aber auch glück weil ich bei brauche ja so ein bisschen rutscht der das ist ja unglaublich hier du drüfft es ja mehr durch die ja ich weiß da willst du die kurve dann nicht nehmen warum auch immer das da hörst du mal auf wenn man dagegen zu ja ich habe keine lust mehr da lang na wer ist dich noch mal mit dem vogel nur da weil diese blöde sonne ja auch zu blenden auch in der ecke hat jemanden geladert hier ist gelbe flagge warum auch immer doch hier ist das ja auch hier ja auch hier ist es ja auch hier ist es Der Heck neigt immer sofort danach auszubrechen, als wenn du driften willst. Blendet die Sonne hier oben, wenn du in den Hügel hochkommst? Ja, ja. Ist ganz schlimm. Bin mal gespannt, ob wir die KI hier schlagen können, du. Ach, dreh dich doch wieder rum, du bist doch eine geistigestörte Dreck-Sau. Tütt wieder nichts aus, dann geht's, hör auf, Mann. Gleichweil, lass ich hier einweisen. Arzne, Alter. Ja, das ist diese eine komische scharfe Kurve da, wo du da, wo du richtig die, wo es die Kurve so ein bisschen hoch geht und links rein. Diese so eine scharfe Kurve, so eine geneigte. Da habe ich gerade voll den Dreher gehabt, ey. Äh, ich krieg den Anfall. Öl, lass du weiter fest. Mal gucken, was ich gleich an der Zeit raushauen kann. Ich glaube, nichts Großartiges. Mein Gott. Dreizeiter! Ach, jetzt bin ich zu früh vom Gas gegangen. Weil, sag, soll man mit Vollgas durchfahren? Verstehe ich nicht wie, aber... Oha, das war aber knapp. Boxenstopp. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Alter. Yo! Ach. Boxenstopp. Alles klar, komm, wende diese Runde rein. Okay, ich hab auf diese Schrecke... Der Freiflge ist schwer beschädigt. Ja, ich weiß nicht. Jeff, sei leise. Geht in Ordnung. Die Reifen sehen ja schon super aus. Das kann ja lustig werden, naja. Das ist ja 13%. Ja, die sagen wahrscheinlich wieder... Äh, vier Runden oder fünf Runden und am Boxenstopp. Naja. Weil die Runden ja hier ziemlich lange sind. Obwohl es geht eigentlich von der Zeit her. Hä? Wieso ist das Spoiler jetzt schon wieder rot? Äh, gelb, grün. Warte, jetzt. Grün. Hat sich automatisch repariert. Das ist ein Spielfehler. Ja, aber anscheinend nicht. Vielleicht hab's übertrieben jetzt hier. Komm rum. Komm rum. Ui, haben wir Heros. Uuhu, ha! Gut, dass ich's gesehen hab. Ja, genau. Jetzt hab ich... ...ger leckt mich. Jetzt hat er die Boxen aus. Jetzt macht er die Reifen noch mehr Palle. Und jetzt darf er noch eine Runde mit rumjuckeln, ey. Hat er geschlafen? Ich dachte, oh, Virus direkt hinter mir ist da, aber warten. Ja, ich sag auch. Hast du nicht, Spoiler, verweiter. Ja, jetzt dürfen wir auf Virus warten. Ja, oh, hat auch was Gutes. Dann machst du Verkehrsbehinderung. Musst du aufpassen, dass du nicht qualifiziert wirst. Ah, Schmidchen Schleicher heißt jetzt Virus Schleicher. So, bergauf mit 87, das läuft. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1. 34,5. Alter, der hat der Hamilton aber ne echt... Oh, ich hab grad... Ich hab die Hamilton und der Master grad aufgehalten. Ich denke, das hat ein bisschen was gekostet jetzt. Oh, jetzt ist mein Zuschauermodus wieder im Arsch. Sehr schön, wieder schwarzes Bild. Äh... Läuft man hier. Ach ja... Mal ein Beweisfoto von machen und nachher ein Dings mal schicken. Kann ja nicht sein, irgendwie. Oh, 16er, geil. Vielleicht habe ich ja Glück, ich starte vom letzten Platz. Äh, geil. Das war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hier in der Kurve. Und dann hat er mich doch wieder geholt. 19er, jawoll, einer geht noch, einer geht noch rein. Ich weiß, wie das Rennen ausfällt, geht, Daniel. Ah, ja. Ich kann's mir auch denken. Viel Gefluche, viel nach vorne fahren und gucken, dass er irgendwie... Ja, was kaputt fährt und dann hat sich die Sache erledigt, ja. Oder du schränkst dich einfach mal an, überholst sie alle und machst sie richtig fertig. Wie wäre das denn? Wäre eine Option. Ja, also mit Controller hier, das ist echt mal, da fährst du schon so ein bisschen komisch, weil... Also Schiss zu haben, dass du letzter wirst, brauchst du nicht. Der Ocon hat's geschafft, noch sechs Sekunden langsamer zu sein wie du. Frag mich, wie er das hingekriegt hat. Na du? Ja, wir sind einer reingefahren. Ach so. Egal, bist du vorletzter, nicht letzter. Du hast es geschafft, Kollege. Doch, ein Platz ist ein Platz. Oh, Ricciardo hat fünf Positionen verloren. Wegen was? Rennleitung, jetzt will ich wissen. Vorfälle. Kurve abgekürzt, Strecken begrenzt und überschritten. Kollision mit Wirsos verursacht. Ricciardo kriegt eine fünf Platz zurückstrafe, der fünf Platz nach hinten gesetzt. Weil er in dich reingefahren ist, wo er mit dir Kollision verursacht hat. Das startet der von acht oder neun. Ne, von neun. Ja, guck. Bei dem Mercedes wieder hinter mir, ich krieg die Krise. Na, guck mal, liebe Freunde. Ricciardo hat eine Strafe gekriegt. Virus muss sich anstrengen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal aufs Reihe. Ja, tschau mit V. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Vielen Dank.